Naja, passt wahrscheinlich. So Freunde, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns hier gerade in Kamen. Kamen Hauptbahnhof oder Bahnhof. Wir warten jetzt gerade auf Kelly, denn er müsste jetzt jeden Augenblick ankommen. Aber wie ihr ihn kennt, der ist immer wieder zu spät. Es ist kurz nach sieben. Wir sind heute ein bisschen früher aus den Federn gestiegen. Weil wir nämlich heute nach Berlin fahren werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Wie schon in einem der letzten Videos angekündigt, machen wir heute so einen kleinen Trip für zwei, drei Tage. Und selbstverständlich, weil ihr den Daumen nach oben Button gekillt habt, nehme ich euch natürlich wieder mit. Und selbes Spiel wie beim letzten Mal. Falls ihr auch die nächsten Tage sehen wollt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Es steht aber einiges an. Wir müssen uns jetzt erstmal mit Chris auf den Weg machen nach Berlin. Das sind knapp über 400 Kilometer. Deswegen würde ich euch erstmal vorschlagen, dass wir den Kelly einsammeln. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Berlin zu den Jungs. Da ist er. Mal wieder mit großer Verspätung ist er hier auch bei uns angetroffen. Sag der, der wirklich mal schüttet ist. Oh mein Gott, ich stehe hier seit keiner Ahnung wie lange. Wow. Ja, ja, ich habe alles kalt übertrieben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich war gestern so im Mut, dass ich ein paar Sachen mitnehme. Und jetzt einfach Kofferraum-Fool. Nicht Kaffee-Fool, sondern Kofferraum-Fool. Wow. Also meine Freunde, ich befinde mich jetzt immer noch hier mit Kelly, Kajo, Ketchup, Mayo im Auto. Wir sind immer noch unterwegs nach Berlin. Wir sind jetzt gute zwei Stunden gefahren und haben in der Tat noch zwei Stunden vor uns. Das ist kein Spaß hier von Dortmund nach Berlin. Das ist eiskalt. Ja, wie gesagt, 450 Kilometer oder so. Wir haben auch gerade kurz einen Stopp gemacht, haben kurz was gesnackt und hoffen jetzt einfach mal, dass wir weiterhin keinen Stau kriegen. Und nein, Kelly, ich habe es dir gerade schon mal gesagt. Ich verkaufe dir nicht meine Sonnenbrille. Ich weiß, du hast da gerade ordentlich Aure drauf gemacht. Du willst die haben. Aber die ist halt meine. Das ist halt meine Autosonnenbrille. Deswegen kriege ich sie halt leider nicht. Okay. Wir können ja mal den Kelly, Kajo, Ketchup, Mayo fragen, was so in der Fashion-Szene immer wieder abgeht. Weil er ist ja angeblich das Fashion-Lexikon. Aktuell geht nicht so viel. Doch, eine Sache. Erzähl. Weil ich auch was eingepackt habe, was schön ist in meinem Käuferchen. Bellutti hat aktuell einen wirklichen Sandalenpaar rausgebracht. 1 zu 1 à la Biertenschock. Ich habe den gesehen sogar. Und darüber hinaus kommen ja jetzt am, ich weiß nicht wann du den Vlog rausholst, am 2. Mai kommen die Sakai Ex-Nike Sneaker. Schon gesehen? Ja, schon gesehen. Aber viel interessanter finde ich, dass am 11. Mai der Travis Scott Air Force One rauskommt. Mit, ich habe gehört, einer ganzen Kollektion. Wir brauchen einen Namen für dieses Format. Das ist, ähm, wie nennen wir das? Trashdog im Auto. So, Freunde. Wir sind jetzt nach vier Stunden Fahrt endlich in Berlin angekommen. Wir warten jetzt hier auf Can und Irma, damit wir uns endlich mit denen treffen können. Und dann würde ich vorschlagen, dass die Reise weitergeht. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie der Tag verlaufen wird. Ich denke mal, aber wir werden auf jeden Fall noch shoppen gehen. Das auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Überraschung für euch vorbereitet. Wir sind noch am Anfang des Videos. Deswegen entspannt euch. Holt euch natürlich ein Espresso, was ich am liebsten jetzt auch trinken würde. Nach so einer langen Autofahrt. Aber wir suchen jetzt erstmal die Jungs. Was geht ab, Jungs? Was geht? Alles klar. Wie geht's dir? Alles gut, Digga? Wie geht's? Wir steppen jetzt einfach mal hier in die gute Stube rein. Schließen die Tür hinter uns. Und dann machen wir die erste Tür auf. Und was ist das? Das ist einfach nur eine Toilette. Ich glaube, nichts Besonderes. Das hat jeder von euch auch zu Hause hoffentlich. Spannender wird es dann hier in dieser Region schon. Wir haben jetzt erstmal hier provisorisch unsere ganzen Koffer und Taschen in den Flur gestellt. Hier noch eine chillige Küche. Dann das erste eigentliche Zimmer, das ich eigentlich aus den Videos so noch gar nicht so oft gesehen hatte. Hier rechts zwei Kleiderstangen, wo John und Emma ein paar Pullover aufbewahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie nur zur Veranschaulichung ist. Oder ob die Jungs das hier alles noch tragen. Ja, wobei, ich glaube hier die Off-White Nike Collab werden die schon noch anziehen. Jetzt habe ich hier natürlich komplett reingeschissen. Helmut Lang haben wir hier noch am Start. Einige coole Pieces auf jeden Fall, die wir hier noch sehen. Auch eine riesen Cap-Sammlung hat der gute Mann. Eiten Caps, Leute. Davon lassen wir die Finger. Aber hier eine von Balenciaga, die würde ich auf jeden Fall auch anziehen. Auch den Yeezy 700er habe ich hier auch in einem anderen Colorway. Und gefällt mir nach wie vor auch sehr gut, muss ich ja sagen. Bei dem Ding würde ich auch nicht Nein sagen. Was hat die überhaupt für eine Größe? Ich glaube, die würde mir sogar passen. Was ist das? Ne, 40 leider. Eins, zwei Nummern zu klein. Aber vielleicht testen wir doch mal gleich aus, ob der mich nicht doch passt. Und hier haben wir dann die legendäre Wand, wo Can, der hier unten chillt, seine Videos aufnimmt. Aber ich muss ja sagen, das Ergebnis gefällt mir auch richtig gut hier mit diesen gesprayten. Hier ist noch so eine Luftmatratze, die wir auf jeden Fall nutzen werden. Natürlich nur zum Schlafen. Und dann hier in der Ecke eine gemütliche Chill-Area. Aber wir haben ja noch einen Gast, den wir noch gar nicht begrüßt haben. Was geht, Patrik? Ich bin Ilja, bin gerade hier zu Besuch bei Can. Wir machen ein paar Vlogs. Komm aus Karlsruhe, checkt auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal ab und meinen Instagram. Wir sind ja wohl hoffentlich verlinkt, oder? Ja, natürlich. Ist alles unten in der Beschreibung, wie von jedem der drei guten Hirten. Ja, das war's mit dieser kleinen Room-Tour. Wir werden uns jetzt kurz frisch machen. Und dann geht's ab in die City. Und dann werden wir noch den einen oder anderen Store abchecken. Hatte ich euch ja versprochen, dass wir heute auf jeden Fall nochmal so eine kleine Shopping-Tour machen werden. Auf jeden Fall hat der Can gerade ein Paket aufgemacht mit diesem Balenciaga-T-Shirt hier. Was kostet der Spaß, Digga? Ich glaube nicht. Bestimmt locker 300 Euro, 250 Euro, irgendwie sowas, ne? 50. Ich sag ganz ehrlich, wird das Geld nie im Leben. Das ist auch so, das hat auch so einen Schnitt, so einen kantigen Schnitt. Ach du Scheiße, das klappt. Ja? Ja, aber ist doch Baba. Ja, für dich Baba Crockboy. Ja, den Verkaufst natürlich nicht. Digga, ich hab das hier bei Dings gekauft, einfach passt ja. Das schon, geil. Das passt mies zum Videos drehen so. Das passt hier nicht. Verkauf lieber auf Le Bazaar. Guck der Bauch, guck der Bauch. Deswegen trage ich doch nur den Videos hier, so. Runden ist abgeschnitten. Genau so wie das hier jetzt am Ende. Das ist dann auch hier so. Bruder, welche Größe ist denn das? Das ist XXL sogar. XXL? Okay, fällt echt kleiner aus. Trotzdem so, ja, ja, ja. Jan, erklär mal kurz, wo wir gerade sind. Ich glaube, das ist Kudamm hier schon, ne? Wir sind jetzt mitten am Kudamm. Da vorne ist das KDW. Okay. Da neben ist Peak, davor ist Zara. Und hinten gibt's noch ein paar Stores, die sind nicht so wichtig. Da hinten sind die ganzen High Fashion Stores. Gucci, Louis, Rolex, etc. pp. Und wir laufen jetzt direkt ins KDW-Renso. Alles klar, dann machen wir das mal. KDW hat so alles. Ist so ähnlich wie Bräuniger, oder? Ist wie Bräuniger am besten. Ist gleich. Wobei, warte. Bräuniger hat schon mega Auswahl mit dabei. Ja, ist gut geworden, ne? Letztes Mal haben die schon echt nice Sachen gehabt, aber die haben auch erweitert. Die haben so eine geile Sneaker-Ecken. Aber ich glaube, bei KDW ist es mehr so Boutiquen-mäßig, ne? Ne, ne. Auch so. Unten sind Boutiquen, Gucci, Rolex auch, aber oben sind so Palm, Off-White. Okay, okay, ja geil. Alles klar, ich weiß Bescheid. Also hier ist so die große Männerabteilung, wie müssen wir das vorstellen? Es gibt jetzt auch neuerdings die Palm Angels Track Pants als kurze Hose. Ich muss ja sagen, lange Hosen bin ich ja echt ein riesen Fan von. Aber die kurze, ich weiß ja noch nicht ganz, ob mir die gefällt. Diese Bag von Magella ist geisteskrank. In schwarz, oh mein Gott. Digga, Side Bag auf nächsten Level. Aber sowas von, genauso wie diese hier, gefallen mir echt gut. Ja, ich glaube, dass wir hier eher zu Hause sind, ne? Ja, ja, das ist so ein bisschen... Aber die Kollektion gefällt mir gar nicht. Ehrlich? Ne. Das ist cool, das kann man machen. Das ist cool, ja. Ja, sowas, das sind halt so mehr oder weniger Standard-Sachen. Nein, das würde ich nicht anziehen. So ein Overall. So ein Strampelanzug für Erwachsene. Nein, auf gar keinen Fall. Nicht in der Farbe, aber ein Overall würde ich tragen. Ich weiß. Du hast auch Birkenstock X Rick Owens. Ich habe Birkenstock X Fell. Aber sonst? Nein, der Patch ist nice. Ich finde auch das hier gar nicht mal so schlimm. Nein, das hier mit Oberteil dazu, original mein Kindheitsoutfit. Jan, bevor du hier rumhattest, da ist Carmo, das ist deine Ecke. Tob dich da ruhig aus. Bro, Valentino ist doch kein... Ja, aber nicht Valentino Camo. Also Valentino Camo schon, aber nicht Valentino Camo Pullover. Nee. Aber warte mal, hast du nicht das letzte Mal gesagt, dass Carmo von Valentino das beste Camo ist? Ist das beste Camo, aber nicht als Kleidungsstück. Ja, ich finde aber, deren Camo musst du auch schon coolen. Ja, dem Camo ist das beste Camo auf Schuhen, kannst du das machen. Die Hose ist motherfucker. Die Hose ist geisteskrankt. Weißt du, woran die mich erinnert? An diese Gucci Scribbles. Ja, ja. Guck mal, was die kostet. Also ich muss ja wirklich sagen, der Laden oder KDW generell gefällt mir bis jetzt richtig gut. Allein diese Jeansjacke, oh mein Gott. Ich bin jetzt gerade noch hier in der Umkleide von KDW drin. Na, ich muss wirklich sagen, der Store ist geisteskrank. Also was gerade Can meinte, dass Bräuninger mithalten kann, sehe ich anders. Hier gibt es viel mehr Auswahl und bessere Pieces. Gefällt mir unnormal gut und erinnert mich safe an, ich weiß nicht, Selfridges von London. Auf jeden Fall empfehlenswert. Warum habt ihr euch eigentlich nichts gekauft? Kein Geld. Ja, tut doch nicht so. Komm mal, Bruder. Ganz ehrlich, ich weiß, was ich will. Ja. Ich hätte Bock auf so eine Palm Angel Hose. Ja, meinst du ist geil. Schwarz mit Neon. Ja. Was für ein Neon? Rosa oder gelb oder grün? Ja, also grün, gelb. Genau, also gelb, grün, rosa würde ich auch. Aber ich hätte Bock einfach ein bisschen Geld zu finden. Das war es jetzt erst mal vom KDW und meine Freunde. Ich bin fündig geworden. Ich verrate allerdings noch nicht, was ich mir gekauft habe. Denn der Kelly und ich haben mal wieder eine Challenge abgedreht. Was genau das sein wird, werdet ihr natürlich auf dem Hauptkanal sehen. Ich bin fast ausgerutscht. Immer sein Move, so ein auf keiner sieht. Ja, ja, ja. Wir machen jetzt erst mal eine kleine Pause, weil wir haben eiskalt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Dann, Can. Dann kommen wir wieder zurück, checken dann die Normal-Source wahrscheinlich ab. Okay. Found them, Nike. Und ich will auf jeden Fall noch zu Mintos. Äh, ja, kriegen wir auch hin. Bis wann haben die auf? Ich glaube bis 19. Wenn ich gebe kurz direkt zum Mintos. Ja. Ne, wobei schaffen wir nicht. Ja, schaffen wir nicht, dann machen wir das danach. Aber erst mal jetzt auch wenn es spannend was essen, weil ich diehydrie schon. Hat Can ein Strafzettel? Ja, das ist eine Challenge, komm. Challenge. Hat Can ein Strafzettel? Safe. Ich sag nein. Ich sag ja. Ich sag ja. Kelly? Nein, oder? Um was machst du Challenge? Digga, keine Ahnung. Um nichts. Um nichts. Um... Nein, ey, ich weiß es. Can ausgeschlossen, wer da vorne sitzt uns später. Alles klar. Ja, alles klar. Jaan, ich sag mal so, das war wohl nichts, ne? Ich hab nein gesagt und Kelly hat auch nein gesagt. Ich hab ja gesagt. Du hast ja gesagt, das heißt du darfst nach vorne. Ich darf vorne sitzen, Freunde. Ich hab die Challenge gewonnen. Ich hab die Challenge gewonnen. Ob Can ein Strafzettel bekommen hat. Oh krass, tauchst du mir. Aber du hast Glück gehabt. Nimm ich nur 35 Euro. Boah, Schnäppchen, Bruder. Ding, ding, ding. Du kannst gerne Fahrzeugscheine. Warum werden wir ihn angehalten? Ich denke, dass sie das Fahrzeug so verändert haben, dass es ordentlich richtig ist. Deswegen werden sie anlassen. Und wie werden dann verändert? Das werde ich Ihnen gleich sagen. Aber davon abgesehen, so wahrscheinlich auch, darf ich einen Fahrzeugführer jederzeit anhalten. Das ist ein Diesel. So schaut's aus. Mit diesem Diesel ist dieses Fahrzeug zu laut. Ich denke, dass sie da eine extra Box eingebaut haben. Mit Tonverstärker, wie auch immer er das nennt. Und das ist der Vorwurf, den Schienen machen. Ich hab zwar keinen blassen Schimmer, was jetzt hier gerade passiert. Aber ein Schaden wird hochgenommen, der Arm. Oh, was? Er wurde hochgenommen. Was angemacht jetzt? Das ist nicht automatisch. Ich weiß nicht, das ist ein Schaden. Boah, wie kann man Augen machen und muss Essen hier haben wir noch bei ihm. Egal, die kann mir maximal 15 Euro strafft wegen Lärmelästigung geben, wegen nix anderes. Warum macht ihr dann so weit weg, Mike? Ja, weil er es leugnet. Nein, ich hab schon mal geleugnet. Hier geht es jetzt darum, ob im Cut irgendwas gemacht wurde oder nicht. Ja, aber meinst du, die können sich nicht stilllegen? Nee, so nach meinen Erkenntnissen würde mich das jetzt sehr wundern. Ist das das erste Mal, dass sowas passiert? Nö, mehrmals schon, auch am Kudamm. Aber ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn die jetzt stilllegen lassen. Aber wenn, können die maximal das Kabel rauslassen, damit ich nicht nur sagen, was das ist. Das ist ja so ein Kabel nie. Also, wir mussten jetzt alle aussteigen. Jan spricht da hinten mit der Polizei. Keine Ahnung, was sie jetzt bereden. Die gucken sich den Auspuff an. Ihr kennt den ganzen Struggle. Traurig ist natürlich einfach oder ärgerlich, dass wir ultra Hunger haben und eigentlich nur was essen gehen wollten. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was hier passiert. So, Freunde, das hat uns jetzt insgesamt locker 45 Minuten gekostet. Der Jan wurde leider, leider hochgenommen. Hops genommen, ja. Da kommt direkt der Nächste. Das gibt es doch gar nicht. Ihr ist verhext, Leute. Ich schwöre, Berlin will uns nicht. Bruder, das ist typisch Wenger-Polizei so. Jan. Ja, Bruder. Kurzes Statement deinerseits. Was ist da schiefgelaufen oder generell diese Situation? Wir haben Kaution für ihn bezahlt, ne? Bruder, wir wurden Hops genommen. Ich wurde eiskalt Hops genommen. Das Auto hatte ein Soundmodul, was angeblich verboten worden war. Ja, Soundmodul ist weg. Ich glaube, 300 Euro, 250 Euro ist weggeschmissen. Aber, die wollten nicht erst nicht weiterfahren lassen. Ja, die wollten es komplett eigentlich beschlagen haben, das Fahrzeug. Die haben ein bisschen gut geschleimt. Ja, ja. Und haben das doch irgendwie hinbekommen. Jetzt haben wir den Audi A7 ohne Sound. Aber hast du denen schon erklärt, warum die das beschlagen haben wollten? Warum denn? Die wollten das Soundmodul auch mal testen. Ja. Die wollten auch mal. Die Polizei waren mit Arm raus. Ich nehme ein Bacon-Cheeseburger. Ich wünsche euch auf jeden Fall guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Das sieht auf jeden Fall Baba aus. Der erste Tag neigt sich dem Ende. Wir waren eiskalt. So fertig von diesem ganzen Tag. Auch dem Stress mit der Polizei. Dass wir jetzt einfach die letzten Stunden hier in der Chill-Area oder in dem Wohnzimmer gechillt haben. Nichts gemacht haben. Wir haben ein bisschen gequatscht. Deswegen habe ich auch nicht mehr die Kamera angemacht. Aber selbstverständlich geht es die Tage hier weiter mit den Vlogs aus Berlin. Ihr könnt ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr Bock habt. Dass ich die auch in naher Zukunft online stelle. Wir sind erstmal hier fürs Erste raus, wie bereits erwähnt. Und wir gucken erstmal noch, was die anderen so treiben. Also ich schaue mir gerade Jans Kleiderschrank an. Nach dem Diebstahl-Video wollte ich gucken, was noch eigentlich vorhanden ist. Okay, was für ein Diebstahl-Video meinst du? Bei Jan wurde doch reingebrochen. Ach, echt? 25.000 Euro Schaden war noch bei ihm, oder nicht? Ja. Haben die den Schlüssel aus dem Blutkasten? Jan, was hat sich die Versicherung bei dir gemeldet wegen dem Schaden hier? Wegen dem Diebstahl-Video. Ja, hat mir alles nachgezahlt. Wie sind die eigentlich an den Schlüssel gekommen, Bro? Postkasten war auch. Postkasten? Das ist ja auch immer ärgerlich, sowas, ne?